So, Hallihallo und herzlich willkommen zu einem ganz ganz kurzen Tutorial. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob ich mal kurz erzählen kann, wie man denn Magic YUV runterladen kann. Und da sich das seit meinem Tutorial ein bisschen verändert hat, also seit meinem Afterburner Tutorial, habe ich beschlossen, das auch tatsächlich mal schnell zu machen. Es dauert auch nicht lang, von daher ist das alles kein Problem. Zuerst einmal machen wir den Firefox auf, der startet bei mir auf der falschen Seite. Und gehen hier oben auf magicyov.com. Ja, dann sind wir wieder auf der Seite hier, an deren Design hat sich nicht viel geändert. Wir können auch hier links wieder auf Download gehen und kommen dann erstmal zu einer sehr langen Wall of Text. Ich kann sie kurz zusammenfassen, da steht eben drin, dass mit der neuen Version 1.2, die eben jetzt raus ist, die Möglichkeit zu spenden eingeführt wurde. Wohlgemerkt zu spenden, ihr müsst ihn nicht kaufen. Ja, selbst wenn ihr ihn kauft, könnt ihr selber entscheiden, was ihr zahlt. Also da seid ihr völlig frei, ob das 100 Euro sind oder einer oder ich weiß nicht, ob man 10 Cent spenden kann. Aber auf jeden Fall, ihr könnt relativ freizügig den Preis bestimmen und ihr könnt eben auch sagen, dass ihr 0 Euro zahlen wollt und das ist auch völlig in Ordnung. Gut, dann kommen wir zum Download, indem wir Make the Magic Happen, Get the Full Version hier anklicken. Das mache ich jetzt mal gleich und dann öffnet sich das da oben in einem neuen Tab. Auf den wechsle ich. Hab gleich wieder dieses hässliche Fenster hier. Es ist sehr schön, dass sie für mich etwas empfehlen, aber ich bin nicht mal mehr angemeldet. Das ist ziemlich scheiße, ja. Naja, kann man nichts machen. Ihr seid ja im Regelfall eh nur einmal hier. Gut, jetzt sollt ihr einen Preis nennen, nämlich hier. Da klickt ihr rein und dann habe ich da schon in den Vorschlägen die 0. Da klicke ich drauf und dann habe ich 0 Euro da eingetragen. Wenn ich jetzt auf ich möchte das haben klicke, dann fragt er mich nach einer E-Mail. Ihr könnt hier angeben, was ihr wollt. Wie ihr seht, habe ich eine ganz tolle E-Mail, die absolut meine echte E-Mail ist, sieht man. Es ist völlig egal, die E-Mail wird nicht geprüft. Also ihr gebt da irgendeinen Fantasiewert ein. Wenn er akzeptiert wird, ist gut und wenn er nicht akzeptiert wird, ist schlecht. Guckt halt, dass ihr keine echten E-Mail eingibt. Oder möglichst eine, von der ihr nicht denkt, dass sie echt ist, wie zum Beispiel ich hier. Den gibt es vielleicht, also ich glaube ja nicht, dass es ihn gibt, noch gibt es ihn nicht. Jedenfalls, ich habe da einfach irgendwas eingegeben. Es ist nicht schlimm, ihr müsst nichts bezahlen, ihr müsst keine E-Mail angeben, die übrigen Felder sind frei. Nein, ich habe nicht das gemeint, ja. Das könnt ihr eingeben, da könnt ihr reinschreiben, Strohi hat ein Tutorial gemacht, wenn ihr wollt. Das mache ich gleich mal, weil ich so cool bin. Strohi made a tutorial. What do you use it for? Let's, let's, nein, ich darf kein, doch. Let's place and tutorials. Ja, also, wie gesagt, die beiden Felder hier, die müsst ihr nicht ausfüllen, das ist völlig egal. Wenn ihr das hier ausgefüllt habt, ihr müsst eine E-Mail angeben. Das ist leider nicht frei, aber die anderen Felder könnt ihr leer lassen. Dann klickt ihr auf kaufen, dann macht das bumm und dann seht ihr hier schon Dankeschön. Und den Magic Value wie Lossless Codec, den hat man runtergeladen oder gekauft für 0 Euro. So, jetzt klicken wir einfach nochmal auf Produkt anzeigen. Und sehen hier im neuen Tab drei Einträge, nämlich einmal die Linux, die macOS und die Windows-Version. Wir wollen natürlich, oder ich will natürlich die Windows-Version, was ihr wollt, hängt von eurem Betriebssystem ab. Da klicke ich einmal auf Download und dann fragt er mich, ob ich das speichern will. Da klicke ich natürlich auf Speichern und dann lädt er mir den runter. Und weil er so klein ist, geht das sogar so sehr schnell. Anschließend könnt ihr den Download ausführen und das Programm installieren. Nein, das mache ich jetzt allerdings nicht, weil ich habe ja Magic Value wie in der neuesten Version schon. Den Installer müsst ihr mal gucken, normalerweise sollte da keine Werbung drin sein. Zumindest war das letzte Mal, wo ich das installiert habe, noch keine drin. Ich denke auch mal nicht, dass er noch welche reinmacht. Schließlich hat er ja schon sein Spendensystem. Gut, dann mache ich mein Startmenü auf. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Das, was ich jetzt mache, bis, äh, Moment, bis hierhin, müsst ihr das nicht machen. Irgendwann, wenn ihr diese ganzen Magic YUV Tutorials durchmacht, ja, ähm, dann kommt ihr zu diesem Fenster. Im Endeffekt, ähm, sagen euch die meisten Tutorials bei vielen Werten, was ihr einstellen sollt. Allerdings sind in der Version 1.2 einige Neuerungen hinzugekommen, die in alten Versionen nicht waren, weshalb ihr möglicherweise diese Werte in den Tutorials noch nicht seht, wenn die ein bisschen älter sind. Daher sage ich mal kurz was zu den neuen, äh, Settings, die ihr hier einstellen könnt. Und, äh, ja, dann ist das Tutorial auch schon vorbei. Als allererstes ist hier dieser Haken, der bei mir gesetzt ist, neu dazugekommen. Den setzt ihr bitte, ja, weil, ähm, wenn er gesetzt ist, dann ändert er entweder gar nichts in gewissen Fällen oder er ändert nur zum Positiven. Wenn er was ändert. Also, von daher, ähm, Haken setzen, der macht keinen Schaden, ja. Gut, die Number of Threads, die gibt's schon, äh, das ist auch alles noch so. Wie gesagt, hier könnt ihr erstmal die Hälfte eurer Prozessorkern, eurer Prozessor-Threads versuchen. Ja, wenn ihr Hyperthreading habt, dann habt ihr doppelt so viele Threads wie Kerne. Ähm, da müsst ihr halt gucken. Spielt ein bisschen rum, ja, wie es halt gerade schön flüssig läuft und das Spiel auch noch gut ist, ja. Ja, das hier auf, äh, Dynamic, also Dynamisch, ja, was auch empfohlen ist. Ja, genau, das ist aber alles alt. Hier unten sind dann noch ein paar, äh, neue Haken. Dann erst einmal diese vier hier oben. Diese vier Haken, da, da, genau, da fangen wir an. So, das ist aufgeteilt in die beiden linken und die beiden rechten Haken. Was machen die linken Haken, ja? Das sieht man hier unten schon, dieses rote M. Das bedeutet, dass ich den Codec gerade zum Aufnehmen benutze und das ist in meiner Taskleiste immer dann, wenn ich mit meinem Magic YUV Codec aufnehme. Da ich gerade dieses Tutorial aufnehme und es mit Magic YUV, ähm, ja, äh, äh, ich weiß gar nicht, sagt man da kompressieren? Ja, jedenfalls ist da Magic YUV gerade am werkeln und tut die ganzen Bilder umwandeln. Und, ähm, das sieht man, wenn hier diese Tray-Icon-Haken gesetzt sind. Compression ist bei der Aufnahme und der untere, der ist Decompression, der ist beim Abspielen. Würde ich jetzt hier zum Beispiel, äh, meine Videos gehen und mir die neueste Far Cry 50 Aufnahme ansehen, würde ich, Achtung, Achtung, würde ich hier unten ein grünes M sehen. Das grüne sagt, hier wird, äh, abgespielt und das rote sagt, hier wird aufgenommen, ja? Das läuft jetzt allerdings nicht sonderlich flüssig, weil die Festplatte gerade wie blöd, äh, beansprucht wird und ich hoffe mal, es hat jetzt nicht geruckelt. Dann schließen wir dich wieder, genau, das sind diese beiden Tray-Icons, also oben ist Aufnahme, unten ist Abspielen. Dann haben wir hier noch die Notifications, die ich bei mir dann gleich am besten mal rausnehme, weil die mich nerven, ähm, das sind einfach Sprechblasen, wenn ihr eine Aufnahme startet. Ja, also, hier unten diese Icons, die können ja Sprechblasen haben, die auf irgendwas hinweisen und, äh, wenn ihr die Haken hier setzt, dann ist bei Aufnahme oben oder beim Abspielen unten wird eben eine kurze Sprechblase eingeblendet, die eben sagt, hey, guck mal, ich nehme jetzt auf oder ich spiele jetzt ab. Ja, wer es braucht, wer es nicht braucht, braucht es nicht, ja, gut. Der nächste Haken ist dann dieser Enable Login und das müsste auch schon der letzte Haken sein, wenn ich mich nicht täusche, der, äh, hier neu ist. Den habe ich draußen, weil, äh, das ist ein Codec, der funktioniert halt einfach und Login wird eigentlich selten da benötigt bei sowas. Der müllt euch dann nur einen Ordner voll mit irgendwelchen Logfiles, also ich brauche den nicht. Vielleicht, wenn mal ein Fehler ist, könnt ihr ihn reinnehmen, aber solange kein Fehler ist, wüsste ich nicht, wieso man diesen Haken reinmachen soll. Genau. Damit habe ich dann wohl, äh, gezeigt, wie man Magic YUV installiert, wo man es bekommt, äh, und wie man die, naja, die neuen Punkte halt einstellt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Kommentar und einen Like natürlich sehr freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in einer anderen Folge von einem Let's Play oder in einem anderen Tutorial. Bis dahin, Servus.